Mo Grabinski schockierte mit seinem ersten Auftritt bei Octagon Defense. Zehn Tage vor Beginn des Tipspot Game Changers wurde ihm angeboten, gegen die Besten in Europa um eine Million Euro Preisgeld zu kämpfen. Da musste der Düsseldorfer nicht zweimal überlegen und hat etwas geschafft, was noch niemand vor ihm erreicht hat. Den Turnierfavoriten Mati Kertesch durch K.O. zu besiegen. Doch gegen den späteren Finalisten Andreas Michalidis aus Griechenland musste sich Grabinski geschlagen geben. Ja, also der scheint heute noch was vorzuhaben. Der legt direkt los als Gamesca 9. Jetzt gibt es wirklich Eindruck, wenn man solche Aktionen hier auspackt. Body Lock und dann mit dem Bein wieder. Michalidis geht für die Arm Triangle. Und da kommt Grabinski. Und auch im Reservekampf zum Tipspot Game Changer gegen Leandro Apollo Silva. Er möchte mit dem Rücken zur Wand sein, seinen Gegner in Sicherheit wiegen, seit er den Kick zum Körper geblockt hat. Und da folgte dann auch schon direkt der High Kick. Wurde Grabinski mit einer Submission gefangen. Gute Chancen für Silva, den Kampf auf dem Boden zu verlagern. Deshalb fasste Grabinski den Entschluss ins Leichtgewicht zurückzukehren, wo er eigentlich zu Hause ist. So kam es ihm natürlich gelegen, dass der Tipspot Game Changer dieses Jahr wieder startete. Und zwar unter Bedingungen, die ihm wesentlich besser lagen. Aber auch im Auftakt gegen den spanischen Jiu-Jitsu-Schwarzgurt Akoidanduke hatte Grabinski das Nachsehen und verlor nach Punkten. Einer der erfahrensten Kämpfer der gesamten deutschen MMA-Szene mit über 15 Jahren im Profibereich steht jetzt mit dem Rücken zur Wand und braucht unbedingt einen Sieg. Da hat aber der tschechische Striker Jakub Banik noch ein Wörtchen mitzureden. Von Najand mit den ersten Kicks und noch wieder. Oh, Najand. Najand geht nach vorne, hat aber einige Knie an den Kopf bekommen. Denn auch der möchte an seine früheren Erfolge bei Octagon anknüpfen, nachdem er zuletzt in Stuttgart gegen Wahid Najand verloren hat. Erfolge bei Octagon anknüpfen ugh Maracao